Hallo liebe Freunde der analoge Unterhaltung. Willkommen wieder aus der BerlinCon im Studio. Heute ist es ein bisschen angenehmer hier. Du hast Glück gehabt. Jan Philipp, es ist jetzt Sonntag und gestern war es hier doch ein bisschen wärmer. Aber ja. Und ja, PD Verlag, ihr seid auch hier. Freut mich total. Ich glaube, ihr wart so die, die als Letzte durch die Türe durch den Türschlitz noch durchgewitscht sind. Hallo, Hauptsache ihr seid hier. Ja, aber relativ kurzfristig, denn ich spreche, weil außerhalb wohnen wir auch. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich hoffe, ihr habt es nicht bereut. Nein. Genau, und du hast ein paar Prototypen mitgebracht, von Spielen, die dann in Essen kommen. Genau. So sieht es aus. Das wollen wir hier hören. Neue Informationen, das immer das Spannendste. Wie heißen die Spiele denn? Genau, also es ist ein neues Spiel und es sind zwei Erweiterungen. Unser neues Spiel, das liegt hier vorne auf der Seite. Das gehört nicht dazu. Ja, wir müssen immer so gesagt, also was ist was? Genau, also das hier. Und das da, genau. Das wird unser neues Party-Spiel. Das wird It's a Balloon heißen. Okay, It's a Balloon. It's a Balloon. Und es ist ein Zeichenspiel, bei dem man aber nicht unbedingt gut zeichnen können muss. Ist schon mal positiv. Ist schon mal positiv, aber man muss gut Kommandos geben können. Ah, okay. Und es funktioniert so, dass wir alle so ein Tableau haben. Da sind so vorgedruckte Symbole schon mal drauf. Das ist soweit auch schon bekannt von anderen Spielen. Was anders ist bei It's a Balloon. Wir ziehen hier zwei Begriffskarten, suchen uns einen Begriff aus. Es gibt einfache und schwierige Begriffe. Schiff. 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 Begriffe trauen sich die meisten zuerst mal nicht ran. Ich darf natürlich auch keine Zentimeterangaben machen, keine Winkel. Ich kann einfach sagen, hier zeige ich sie nochmal schräg, oder kann ich irgendwie sagen, hier in die Ecke weg? Genau, Richtungsangaben sind erlaubt. Rechteck ist auch noch erlaubt, aber so Trapez irgendwie oder Wellenlinie oder sowas, das wäre dann schon verboten. Da gibt es natürlich viel Potenzial für Missverständnisse. Erlaubt, verboten hier, keine Winkelangaben. Genau, und es gibt eine Menge Fallstricke bei dem Spiel, also gerade so Kreise oder Halbkreise irgendwie. Die werden erst, dann möchte man gerne fragen, wie rum denn jetzt? Darf man aber nicht? Und dann entstehen eben ganz andere Bilder. Das heißt, jeder malt irgendwie so ein bisschen das, was er versteht. Am Ende wird aufgedeckt und dann wird ganz schnell mal aus einem Schiff irgendwie in die Giraffe oder sowas. Das heißt, einer gibt Kommandos, alle malen? Genau. Und dann versuchen wir mal so zu sagen. Genau, und das nach Zeit. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Schneller sein lohnt sich auch, wenn man sich entschieden hat, den Begriff aufschreibt und sein Tableau hinlegt, darf man sich den höchstmöglichen Wertungsstein nehmen, dann bekommt man mehr Punkte. Die anderen können sich aber den Begriff natürlich noch bis zu Ende angehören. Und oftmals sieht man dann seine Fälle sich vonschwimmen. Man versucht sich selber zu raten, was man zeichnet. Man versucht zu raten, was der andere mir gerade erklärt. Aber wenn ich mir den Stein hier schnell wegnehme und denke so, ich rate mal irgendwie und dann kommen aber noch Erklärungen. Man merkt jetzt oft zu sagen, das wird vielleicht doch nicht das Richtige sein. Sehr gut. Genau. Und der Erklärer bekommt natürlich auch Punkte, je nachdem wie schwer der Begriff war, ein oder zwei pro richtige Antwort. Alles klar. Genau. Und dann noch zwei Erweiterungen? Genau. Das sind zwei Erweiterungen für unsere beliebtesten Spiele, die die meisten wahrscheinlich auch kennen. Das ist einmal eine Erweiterung für Pictures, ohne die neuen Karten, die kommen. Und neue Spielpläne für Concordia. Ah, Pictures. Okay. Pictures wird eine neue Erweiterung bekommen mit dem Thema USA. Das heißt, da werden wieder 110 neue Fotokarten dabei sein, die thematisch auf die USA beziehen und ein bisschen Lust auf Urlaub machen. Genau. Und wir haben uns wieder zwei besondere neue Material-Sets ausgedacht. Zum einen mal diese transparenten Karten, die man übereinander anordnet, drapiert. Auseinander legen. Genau. Also nicht bündig. So, man kann schauen. Genau. Und auch relativ anspruchsvoll, aber trotzdem machbar. Die Würfel, man würfelt einfach einmal. Die Symbole, die man dann dabei hat, die muss man dann arrangieren. Passt perfekt. Super, super. Alles klar. Damit ist ja schon alles gesagt. Zu Pictures. Zu Pictures eigentlich alles gesagt. Und ganz kurz noch hier dazu, für die Leute, die es kennen. Neue Maps. Genau. Neue Maps. Aber nicht nur einfach, wie man es gewohnt ist von vielen Maps, mit neuen Wegen und neuen Richtungen. Sondern tatsächlich auch mit Sonderregeln dieses Mal. Zum einen mal Sizilien, mit dem Vulkan Ätna, den man hier sieht bei den Provinzen, der immer bedrohlicher wird. Und Schritt für Schritt im Spiel es schwieriger macht. Zunächst können irgendwann keine Städte mehr gebaut werden. Dann kann nicht mehr produziert werden. Und die Spielenden in den Zwiespalt bringen. Irgendwie möchten sie sich da Gefahr aussetzen. Aber später ist es vielleicht auch zu spät da zu bauen. Und das kann dann auch am Ende Siegpunkte kosten, wenn man da nicht schnell genug war. Alles klar. Und dann noch Roma. Jetzt wirklich sind wir im Kern da in Städt, wo alles begann. Diesmal mit Städteilen statt Provinzen. Und weil Rom nur bedingt schiffbar ist, gibt es jetzt eine Schifffahrtsleiste, auf der man alternativ mit seinen Schiffen voranschreiten kann, Buni absahen kann, sogar in Exklavenstädte bauen kann oder eine Zwischenwertung vornehmen kann. Ich denke, da werden alle Concordia-Fans genau schon wissen, wie sie damit umgehen. Das ist sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und ich hoffe natürlich, ihr habt noch einen schönen zweiten Tag. Jetzt ist es ja wirklich angenehm. Und das lassen wir schön ausklingen, die Berlin-Kunde jetzt heute. Und wir sehen uns auch wieder. In dem Sinne. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. brochen-jährige